Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Logik. Dieses Mal geht es um den Sequenzenkalkül wieder mal, aber dieses Mal in der Prädikatenlogik. Und wichtig ist jetzt, dass ihr wisst, wie die Regeln funktionieren in der Aussagenlogik, denn in der Prädikatenlogik sind die genauso gültig wie davor. Der einzige Unterschied ist, es kommen vier neue Regeln dazu, zwei davon sind jeweils wieder relativ ähnlich und die stelle ich euch ganz kurz vor und dann werden wir diese wunderbare Aufgabe da oben lösen. Also wir werden gucken, ob diese Formel immer gültig ist. Ja, wir haben hier keinen existiert, aber die existiert Regeln sind relativ gleich wie die für alle Regeln, nur auf der anderen Seite, aber werden wir gleich noch sehen, keine Sorge. Okay, also, was wir als erstes haben, ist, wir haben wieder mal unsere Formelmengen A und B. So, und jetzt ist das so, wenn ich auf der linken Seite eine Formel habe, für alle X gilt irgendeine Formel F. Das ist jetzt wiederum eine Formel, in der X tatsächlich drin vorkommt, dann muss ich irgendwas mit dieser wunderbaren Formel tun, oder ich kann besser gesagt was damit tun. Und zwar, ich nehme erstmal meine ganzen Formeln A wieder und dieses Mal teilt sich auch nichts da oben auf, das heißt, keine Sorge, da ist alles in Ordnung. Was wir jetzt aber machen ist, wir nehmen die Formel F und ersetzen da drin die Variable klein x durch irgendeine neue Variable, ich nenne sie jetzt hier mal y. Und plötzlich haben wir eine sogenannte Instanzierung, das heißt, wir sagen, wenn die Formel für alle X gilt, dann gilt sie auch für dieses spezielle Y hier. Das heißt, wir gehen vom allgemeinen Fall, sie gilt für alle X, gehen wir auf einen Spezialfall und sagen, hey, wenn sie für alle X gilt, dann gilt sie auch für genau dieses Y hier. Weil Y ist ja offensichtlich auch ein mögliches X dann, sonst wäre dieser Alquantor nicht erfüllt. Und nehmen einfach unsere komplette Formelsammlung B wieder hier drüben mit. Ganz normal, wie immer. So, ähnlich machen wir es auf der rechten Seite mit dem existiert, da ist es ziemlich genau eigentlich dasselbe. Wir sagen, wir nehmen uns unsere Formelmenge A und jetzt sagen wir hier, wir haben ein existiert X irgendeine Formel. Das heißt, das hier sozusagen habe ich mir vorgeschrieben, damit ich dieses exist-Zeichen nicht immer habe. Und zusätzlich gilt noch die Formelsammlung B. Was dann passiert ist folgendes, wir sagen, hey, wenn es ein X gibt, für das diese Formel hier gilt, wir sind ja auf der rechten Seite und da wird alles verodert, das heißt, es gibt auch ein spezielles X, das wir uns aussuchen dürfen, für das diese Formel gilt. Denn wir sind ja auf der rechten Seite, da ist es ja verodert, nicht verundet. Okay, und was wir dann machen können ist, wir können sagen, A impliziert immer noch ganz normal und wir nehmen uns diese Formel und ersetzen dieses X durch ein spezielles Y, was wir uns aussuchen können. Also ein konkretes Literal tatsächlich dann und zwar in der Formel F drin, aber alle anderen Variablen, Achtung, die darf man nicht verändern. So, und unsere Formelsammlung B gilt immer noch. Gut, als die anderen zwei Möglichkeiten oder die anderen zwei Formeln, die mache ich jetzt mal hier nebendran. Ja, das war nicht so geplant, das sollte da bleiben, bitte. Okay, so, jetzt die anderen zwei Formeln sind sozusagen das analoge dazu, nur eben der existiert Quantor auf der linken Seite und der für alle Quantor oder der all Quantor auf der rechten Seite. So, was wir hier drin haben ist erstmal, wir haben hier ein A, also ich mache jetzt erstmal wieder die rechte Seite der Allquantor, also A impliziert B und hier haben wir jetzt eine allquantifizierte Variable, das heißt sowas hier, upsala, dieses für alle, ups, für alle X gilt F und zusätzlich gilt noch dieses B hier. Achte darauf, die sind auch mit oder verknüpft hier auf der rechten Seite immer. So, was wir dann machen ist, wir suchen uns ein neues Symbol, also wir holen uns tatsächlich ein neues, irgendein Term, also zum Beispiel eine neue Funktion. Die Funktion bezeichnen wir hier mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit Buchstaben wie P oder Q und jetzt gehen wir her und sagen, wir haben A impliziert B, aber auch zusätzlich noch, nehmen wir uns die Formel F und ersetzen jedes Vorkommen von X durch irgendeine neue Funktion, sagen wir mal A dazu, die alle freien Variablen enthält. Jetzt müsst ihr euch erinnern, was freie Variablen sind, also das heißt, ups, was habe ich jetzt gemacht, wie habe ich das kennengekriegt? Okay, ungebundene Variablen, also in unserem Fall hier oben steht hier für alle X, gilt P von X und Q von Y, dann wäre Y eine freie Variable. Und dieses Ding hier, dieses A von Y, das enthält jetzt hier alle freien Variablen, das heißt, habe ich jetzt hier noch mehr freie Variablen, zum Beispiel noch ein oder C von irgendwas oder sowas, dann habe ich hier auch noch zusätzlich diese Variablen mit da drin. Okay, also alle freien Variablen müssen in diesem, in dieser, in diesem Prädikat hier drin stehen, von diesem A. Okay, so, selbiges machen wir, wir machen dazu gleich ein Beispiel, keine Sorge, wenn ihr das jetzt nicht direkt verstanden habt, ist alles in Ordnung. Genau dasselbe machen wir im Prinzip für die andere Seite, nur dass wir hier eben den Existenzquantor auf der Formel drauf haben, sprich, wir sind ungefähr hier dabei. Also, wir haben eine Formel existiert X in F, dann müssen wir hier dieses X ersetzen durch beliebige, durch irgendein neues Funktionszeichen und beliebige, äh, nicht beliebige, irgendwelche oder halt die anderen freien Variablen, die in der Formel F noch drin sind. Okay, das hat sich jetzt erstmal sehr, sehr kompliziert angehört, ist aber eigentlich tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich schiebe das jetzt hier schon mal runter, weil wir den Platz brauchen werden, äh, die Seite schiebt sich selber runter. Und schauen wir uns mal an, wie das passiert. So, wir haben Alquantor auf der linken Seite. Okay, was machen wir dann? Wir sehen es hier, wir ersetzen einfach mit irgendwas. Naja, mit irgendwas sollte man nicht am Anfang machen, denn man weiß ja noch nicht, wie man es ersetzen möchte. Okay, also ziehe ich mir das doch wieder hoch. Ähm, wir nehmen uns die rechte Seite vor. Wir haben hier ein Alquantor auf der rechten Seite und wir sehen, wir haben diese freie Variable Y hier stehen. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist diese Regel hier anwenden, den Alquantor auf der rechten Seite. Und was wir hinschreiben, ist folgendes. Na, wenn ich hinschreiben darf, bitte, Dankeschön. So, ähm, wir nehmen uns einfach diese linke Seite, die ist ja komplett unverändert, und nehmen den Implikationspfeil. Oh, da fällt mir gerade auf, das sollte eigentlich so aussehen. Ähm, genau. Wir nehmen diesen Implikationspfeil und jetzt ist natürlich doof, dass es verschwunden ist. F von X und X ersetzt durch alle, durch irgendein neues Funktionssymbol mit allen freien Variablen da drin. Okay, also, sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen uns ganz normal unsere Formel, das ist quasi F. Und jetzt müssen wir hier, wo der Alquantor stand, also wo dieses X tatsächlich war, weil X die Variable vom Alquantor ist, dieses X müssen wir jetzt ersetzen durch irgendwas Neues, zum Beispiel ein A. A gab es ja noch nicht als Funktionssymbol. Ähm, und hier reinpacken wir jetzt alle freien Variablen. Freie Variablen hatten wir hier unten nur eine, nämlich dieses Y. Hätte ich jetzt hier noch ein und Q von Z oder sowas, dann müsste ich hier auch noch Z reinpacken. Aber habe ich nicht, das heißt, ich bin so dabei. Okay, super. Jetzt habe ich den Alquantor hier angewendet, jetzt habe ich hier den schon mal los. Und jetzt können wir auf der rechten Seite schon nur noch diese Dinge für die Aussagenlogik benutzen. Das heißt, die Prädikatenlogik juckt uns in dem Fall gar nicht mehr. Aber was wir jetzt noch auf der linken Seite machen, ist, wir wenden die Regel für den Alquantor auf der linken Seite an. Und wir sehen ja schon, wir müssen irgendwie gleiche Variablen hier schaffen. Und dieses Prädikatensymbol hier, ähm, das ist tatsächlich irgendwie möglich, hier drauf zu bringen, auf einen Nenner sozusagen zu bringen. Und was wir dafür machen müssen ist, ups, das soll natürlich jetzt ein bisschen tiefer stehen. Ähm, wir können hier einfach uns aussuchen, was X wird, was für eine Variable X wird. Und wir suchen uns jetzt aus, dass X danach A von Y wird. Das dürfen wir ja machen, ist ja absolut kein Problem, dürfen wir ja alles machen. Und dadurch bekommen wir hier diese wunderbare Gleichung. So, und jetzt sieht der geneigte Zuschauer schon, wir haben links eine Formel, wir haben rechts eine Formel. Und nach der Aussagenlogik haben wir hier ein Axiom vorliegen, sprich, wir haben hier eine wahre Aussage. Und sind hier eigentlich schon fertig. Wir könnten es jetzt natürlich noch aufteilen, das ist auf die linke Seite, das ist auf die rechte Seite. Haben wir letztes Video gemacht, mache ich jetzt nicht nochmal. Ähm, wir können auch sagen, das ist eine Formel und sehen, das ist dieselbe Formel. Also haben wir hier auch ein Axiom quasi gegeben und können uns sozusagen auch Zeit sparen. Der Trick dabei ist, dass ihr euch hier nicht wirklich aussuchen könnt, also bei den rechten Regeln. Bei den Regeln hier könnt ihr euch nicht aussuchen, was ihr hier verwendet. Aber auf der linken Seite, also diese Regeln, wenn der Alt-Quantor links steht, beziehungsweise der Existenz-Quantor rechts, dann könnt ihr euch aussuchen, was ihr einsetzt. Durch dieses Y hier, das dürft ihr euch frei wählen. Und das ist der Trick, so kann man die dann auf einen Nenner bringen und solche gleichen Formeln eben schaffen. Jetzt noch eine Kleinigkeit und die ist tatsächlich manchmal wichtig. Ihr seid offen für folgendes. Wenn ihr hier den Alt-Quantor auf der linken Seite habt, beziehungsweise den Existenz-Quantor auf der rechten Seite, dann dürft ihr den mit nach oben kopieren. Das heißt, mein Alt-Quantor bleibt hier oben zusätzlich nochmal stehen. Ich darf es erstmal ersetzen. Das ist einfach mal, meine Formel gilt für ein konkretes Y, aber sie gilt ja auch immer noch für alle Y, äh, für alle X. Und das darf ich so oft machen, wie ich möchte. Das heißt, ich kann hier sozusagen 100.000 Formeln reinkopieren. Macht natürlich relativ wenig Sinn in den meisten Fällen. Aber manchmal macht es tatsächlich Sinn, eine mitzunehmen. Manchmal braucht man es auch wirklich. Dasselbe darf ich hier unten machen. Ich darf mir meinen Existenz-Quantor mit hier nach oben kopieren und darf offensichtlich diese Regel hier auch noch mehrmals anwenden, weiter nach oben, weil ich ja hier den Existenz-Quantor behalten habe. Das heißt, ich bin hier flexibel, noch mehr Instanzierung zu machen, als ich eigentlich in einem Schritt machen könnte. Ich kann hier auch einfach sagen, meine Formel gilt für Y, meine Formel gilt für Z, meine Formel gilt für, äh, V oder sonst irgendwas. Also ich darf es mir hier komplett aussuchen. Wunderbar, das ist das Sequenzen-Kalkül für die Prädikatenlogik. Ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden und, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.